Eins, zwei, drei, fünf. Hallo? Okay, ich kann hier nicht rein. Gut. Oh. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin genau hier. Ich komme hier nicht rüber. Ich komme hier nicht rüber. Soll ich denn hier rüber kommen? Ich kann auch meine Schuhe hier nicht ausziehen. Ich kann hier nicht rüber. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich kann hier einfach nicht rüber gehen. Ist das ein Bug? Oh. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, du bist so erschrocken. Ich habe mich jetzt so erschrocken, Alter. Da ist ein Paket. Hey. Hey. Hey, was machst du? Hey, das Paket. Es ist ein Bettrahmen. Du hilfst mir doch, das Bett aufzubauen, oder? Darf ich einmal kurz in deine Wohnung reingucken? Wunderschön. Telefon. Telefon, ja. Ich dachte, ich habe jetzt einen Schlüssel. Aha, ja. Okay, ich kann nicht rein. Da muss das Bett gleich, glaube ich, hin. Dann haben wir vielleicht irgendwo noch eine Dose oder so. Das kann man auch nicht aufmachen. Kaffee auch nicht. Okay. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Wann ist das passiert? Warum haben wir das hier mitgeküchen? Ähm. Hilfe. Ah ja. Blut tropft auf uns. Wunderschön. Es ist also die 405. Boah, jetzt steht schon wieder jemand. Drehe durch. Wir müssen in den Raum 405. Aber wir haben immer noch ein Paket zum Ausliefern. Direkt wieder raus. Ja. Mhh. Wir wollten noch das Bett aufbauen. Ich dachte, es gibt einen wundervollen Bums. Stell dir vor, wir sind ein Paketboot und eine wunderschöne... Ich habe wieder das Geisterfahrrad. Eine wunderschöne Frau sagt... Oh, hallo, Paketboote. Oder ein wunderschöner Typ. Ne, okay, dann ist irgendwie komisch. Und dann verlieben sie sich und dann heißt es... Mama! Wie hast du Papa kennengelernt? Ähm. Äh. Nun ja. Er hat ein Paket ausgeliefert. Dann hat er mein Bett aufgebaut. Und dann haben wir dich gezeugt. So. Die 405. Das ist natürlich die 4, oder? Ja, tolle Love Story auf jeden Fall. Ja, ne? Dann müssen wir wieder auf die 5 erstmal. Oh, boah. Ne, sorry. 2, 3, 5. Die Tür ist da oben ein... Die Tür ist da oben ein Spalt auf. Ich gehe mal... Warum ist die Tür da oben ein Spalt auf? Warte mal ganz kurz. Eine Sekunde, bitte. Ja. Ich möchte das gerade verstehen. Das ist doch der besoffene Typ. Hat der aber die Tür im Spalt offen gelassen jetzt? Die war doch zu. Wieso das denn jetzt? Okay. Schön. Was? Wo stand eine? Nein, hier steht doch gar keine. Alles gut. Ich bin nicht fertig. Ja, hallo. Mist, ich kann hier nicht rein. Es wird auf einmal so laut. Da war ein Baum. Morgen gibt es 404. Ja, und wir wissen ja, alle Mitarbeiter haben wir ja schon gelernt, ne? War das ein Grafikfehler? Das ist ein Grafikfehler, ne? Ja. Da war... Der ist schon wieder... Der ist total bescheuert. Ne. Okay, ich kann hier nichts machen. Ich will was machen, aber ich kann hier nichts machen. Dann gehen wir mal weg. Die kleine Sarah, vielen, vielen, vielen Dank und herzlich willkommen. Ich will trotzdem mal noch einen weiter, noch einen höher. Auch nicht, nein. Oh, warte, ich bin doof. War das jetzt gerade in Raum 404? Aber das ist ja egal, auch wie die Nummer da ist. Wir brauchen ja den Raum genau da drüber. Achso, das Paket sollte in Raum 202. Achso, ich bin doof, ja. Ich will jetzt aber... Theoretisch müsste man doch eigentlich in den Raum über diesen Blut rauchen. Das macht er dann... Also, weiß ich nicht. Entschuldigung. Dann liefern wir erst noch das Paket aus. Warum war der Typ da... Warum hat der gerade wieder zugemacht? Ich bin vollkommen verwirrt. Und ich liebe Chilas Arts-Spiele, weil die so seltsam sind. Und weil das immer so komische alltägliche Situationen sind, wie... Du gehst in den Supermarkt. So. Oh. Oh. Eh? Mein Baby. Ich bin so... 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 Baby? Baby, wo ist das denn jetzt? Hier oben oder unten oder was? Baby. Bist du da immer? Ist zu fangen. Ich fahre nochmal ganz kurz. Hallo. Okay. Ja, dann gehen wir mal nach unten. Schauen wir mal, ob wir es noch irgendwo sehen. Das ist doch bestimmt beim Spielplatz, oder? Baby ist bestimmt spielen. Das hat Red Bull getrunken und ist gesprungen. Das hat Flügel bekommen, ja. Okay, das wäre aber ein... Der Hund ist auch nicht mehr da. Der Hund hat Baby gefressen. Baby? Baby? Das geht auch nicht mehr. Wo ist denn das blöde, kackt Baby? Wo ist das denn jetzt hingelaufen? Verdammte Scheiße. Okay, wir gucken zur Sicherheit mal. Da ist die Mutter. Die steht ja immer noch. Und macht nix. Echt Mutter des Jahres. Baby ist auch nicht im Auto. Wo ist das? Schreit, wenn ihr das Baby siegt, ne? Wer ist in der Mülltonne? Habe ich doch irgendwie reingesprungen. Baby? Nein. Ha. Steht's irgendwo ganz oben drauf? Ist vielleicht im Fahrstuhl? Ja, das ist ja im Fahrstuhl. In die 404? Ja, da können wir gleich mal gucken gehen. Hier ist Baby nicht drin. Was ist das hier? Okay, wir haben die Etage 4. Beziehungsweise Etage 5. Beziehungsweise Etage 5. Baby? Diese Witze aus dem Chat nicht vor. Hier ist es trotzdem nicht, ne? Ich gucke trotzdem, ob es vielleicht da oben drauf steht oder so. No Baby. Das ist aber nicht der... Okay. Ähm. Mhm. Das ist ein Kühlschrank. Aber die hat... Ist das ein Kühlschrank? Das ist ein Kühlschrank, oder? Ja, das ist ein Kühlschrank. Oh. Das ist ein Kühlschrank. Oh. 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 Okay. Geht auch nichts. Ein Blumenpott. Hm. Also ihr hört das ja auch hier, ne? Kann der jetzt doch unten oder oben kommen? Achso, ich kann hier gar nicht raus. Okay. Tatami-Macken. Ein Kühlschrank. Und ne kleine Matratze noch. Aber ich versteh jetzt nicht, was das Spiel von mir gerade will. Ich verstehe gerade nicht, was das Spiel von mir will. Noch nicht. Hier kommen wir nämlich nicht rein. Hier ändert sich auch nichts an dem Bild. Ein Telefon. Aber hier kann man auch nichts machen. Das kann man auch nicht aufmachen. Hier nichts. Ich meine, da wäre gerade nur so ein Kühlschrank gewesen. Und keine... Mathe. Klopapier ist da. Hm. Das hört sich wirklich nicht gesund an. Und ich fahr mich auf, was wir jetzt nicht fahr mich auf, was wir machen sollen. Kann ich hier irgendwo rüber? Sehe ich hier vielleicht irgendwas, Baby, auf der anderen Seite? Ich kann nicht... Ich kann nicht nach oben. Kann ich hier irgendwas machen? Auch nicht. Ich muss einfach nur zum Wäsche aufhängen. Spiel! Vielleicht nach dem Blumentopf schauen. Ich kann... Ich kann hier nicht raus. War die gerade auch schon an? Ich will... Ich will hier raus aus dem Raum, aber ich kann nicht raus. Ich drücke auch die ganze Zeit, aber es geht nicht. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall irgendwas machen. Ich kann jetzt versuchen, jedes Bild anzuklicken. Das macht aber auch nicht wirklich Sinn. Da gibt es dieses... Was war das? Das ist das eine Bild, was anders ist. Wir haben den Fleck hier. Den klicke ich auch schon die ganze Zeit an. Gibt es irgendwo den besagten Kühlschrank? Ne, wir waren ja jetzt überall hier. Ich kenne das doch auch irgendwo. Es kommt mir so bekannt vor. Die machen das ja immer so auf alten Mythen und so. Mir kommt das irgendwie bekannt vor. Der Schrank, da steht Open Close, aber der geht halt nicht auf. Okay, ich bin leicht, äh, lost. Hm. Das ist aber hier Windsound. Das ist Windsound. Das heißt, da ist auch eigentlich alles okay. I don't know. Und hier kann ich nicht raus. Haben wir doch irgendwas im Inventar? Ne, gar nichts mehr. Ähm. Oh nein. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Bitte nicht. Huch! Nein, es ist abgestürzt! Nein, das ist doch so gut. Es ist abgestürzt. Okay, warte. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Wir machen es doch nicht fertig. Und selbstverständlich spiele ich die ganze Scheiße nochmal. Ist mir egal. Ah. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Konnte man speichern? Nein. Nein. Oh, nee. Wir machen es nochmal. Wir machen jetzt ganz schnell. Wir machen jetzt mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020